hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video ja mama ist auch dabei und der max auch und der espresso wir haben eben schon mal von draußen reingeholt bzw die mama hat ihn geholt ich habe mich umgezogen und wir drehen heute mal wieder ein star video für euch genau also wir nehmen euch heute mal wieder ein bisschen mit zeigen euch ein bisschen was wie motiviert der espresso heute ist hast du was dem hinzuzufügen nein hast du dem was hinzuzufügen auch nicht die espresso hat heute auch nicht sein sonntagshalfter drauf ist einfach nur sein koppelhalfter da muss man nicht das beste drauf haben ist ein bisschen geschrottet aber geschrottet er macht die auch immer gerne kaputt ja der ist schon ganz schön hell geworden gell mh espresso bist du brav wie die pferde in ost wenn die sind auch so toll sehr schön ich kann nicht ich kann nicht ich weiß noch wie findest du es heute hier im stall sehr schön entspannt max wie findest du es heute hier im stall doch das wetter ist toll wenn ihr jetzt ihren blick gesehen hättet ich habe hier meine super helfer heute dabei hochprofessionell wird jetzt hier das objektiv gewechselt und espresso hat heute keine lust bis zum nächsten Mal 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 Also eins ist immer gerade und eins ist so durchsackelt. Ach so, also das soll eins gerade und eins hoch sein. Ich dachte beide oben. Ne, eins vorne, eins ab und das ist so das und das ist normalerweise noch mehr bergauf. Also da brauchst du diese Phase, die ist okay. Also sooo unfair. Weil da sind glaube ich beide jetzt in der Luft. Ne, das soll schon mehr, wenn das Pferd mehr hier oben ist. Also mehr bergauf, sag ich jetzt mal. Ganoppiert. Hä? Was? Was? Ganoppiert. Bergauf Pferd. Ja, aber guck. Stefan Pferd. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind jetzt fertig, aber das Wetter ist nicht so Espressos-Betriebstemperatur, er ist ja irgendwie ein bisschen müde. Na gut, wir gehen jetzt duschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Espressos Lieblingsbeschäftivo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Espresso. Espresso hat jetzt auch schon sein Abendessen und Heu. Sieht irgendwie so grau aus, was Licht hier. Frisst jetzt ein bisschen und entspannt sich dann für den Rest des Tages. Was? Sagst du dem Espresso noch tschüss? Aber natürlich. Kannst du das bitte mal halten? Aber natürlich. Tschüss mein Schatz, gell? Mein Bruder. Oh, der hat irgendwie noch voll den Staubkopf. Was sagst du dem Espresso noch tschüss? Tschüss. So, das war es jetzt schon wieder mit unserem Video aus dem Stall, von unserem Stallalltag. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.